Mit Elani haben wir endlich wieder einen Haflinger in unserer Kollektion dabei. Diese modern aufgemachte Haflingerstute wurde im Bauch ihrer Mutter direkt aus Südtirol importiert. Und in ihren Adern fließt das Blut der erfolgreichsten Haflinger ihres Ursprungszuchtgebiets. Ihr Vater Blitz-U war zum Beispiel Körsieger und Vizehengstleistungsprüfungs-Champion. Zudem rundet mütterlicherseits der Weltsieger Hengst Daines das Pedigree ab. Elani selbst ist eine sportliche und langbeinige Stute im XL-Pony-Format, die durchweg gute Grundgangarten zeigt. Elani ist eine feinfühlige und charmante Stute, die sich stets umgänglich im alltäglichen Handling zeigt. Elani konnte bereits erste Erfahrungen an der Longenarbeit sammeln und aufgrund ihrer Abstammung können wir sie uns auch sehr gut im Springsport vorstellen.